herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei planet crafter es geht weiter aber richtig weiter massiv weiter wie auch immer wir sind auf jeden fall dabei jetzt ein bisschen zu sortieren also ich bin dabei ein bisschen so groß zu sortieren weil das ist so ein kuddelmuddel mittlerweile das geht unter keiner gut mehr sedition noch mal hier mal eben die ganzen sachen von dem zeug rein dann ist die jetzt auch voll nicht mehr so optimal machen wir hier erst noch nicht mich mich getan gut das da aber kommen als theoret aber ich weiß schon die öpfer einer als ob sie nachsiegeriert mich hau hast du das ich habe das viel eisen äh es ist silizium, kofalt ein eisen drin wäre wer dazu kann Hier ist der ERA-Standard, die Tarn hier im Zubik zu unterheißen. Alles ist super, alles gefällt mir. Aber ich hoffe, das spielt sich zu laut für euch heute. Bei mir ist das nicht gerade extrem laut. Die Tarn im ERA-Standard. Ich suche gerade hier, ein bisschen der Meteorite runtergegangen. Eisen ist wunderbar, hätte ich nämlich gerne. Aluminium, das ist super. Magnesium können wir liegen lassen. Alu nehmen wir gerne, Eisen nehme ich gerne. Hier nehmen wir alles, was drauf ist. Ja, in der Regel hast du recht. Aber jetzt vorwiegend erstmal, glaube ich, Eisen, Titan und sowas. Ne, Kobalt brauchst du auch noch. Wegen Sauerstoff. Ja. Ja, aber... Okay, wir geben jetzt mal ein bisschen Kobalt zusammen. Für Sauerstoff. Ja, wenn du möchtest. Ich sammle hier gerade Kobalt ein, wenn du brauchst. Ja, aber wenn du jetzt eine längere Zeit rausnimmst, dann brauchst du es. Weil hier ist nämlich gerade das Problem... Oh, das heißt das Problem. Das Gute, hier ist Kobalt wie Hulle. Also, ich sammle jetzt hier gerade Kobalt ein, wie... Ja, basta, 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 basta. Mach nur, mach nur. Und da muss ich gleich mal gucken. Es gab ja eine neue, also eine Höhne, eine versteckte. Da ist eine super coole Kiste und so drin. Die ist direkt hier bei uns am Startpunkt. Wurde ich gleich mal gucken, wenn es hell ist. Kobalt habe ich reingeschmissen. Äh, da kommt noch mehr. So, Eisen nehme ich direkt mal raus. Den Titan nehme ich raus. Silizium. Nehmen wir mal eben da rein. Das Aluminium da rein. Ach Gott. Gehen wir nochmal da hin. Dann könnte ich theoretisch sagen... Warte mal, ich habe ein bisschen... Eisen, ne? Dann machen wir mal direkt noch ein paar Schränke. Ha, wo stelle ich denn die jetzt? Oh, ich habe da jetzt einen... Sauerstoff gemacht. Oh, hervorragend. Ich habe hier noch einen Schrank gemacht. Ja. Also noch zwei habe ich jetzt erstmal hingestellt. Mehr geht jetzt gerade nicht. Ich will wieder kurz was zuschauen, den Rest. Ja, ach so, genau. Sauerstoff, hast du noch was hingepackt? Äh, in der Kiste. Welche? Äh, musst du gucken. Den Interessant mischen, wo du noch gemischt ist. Ah, hier. Ja gut. Passt perfekt. Dann nehme ich mir mal direkt zweimal Sauerstoff mit. Nein. Ich werde die Hülle jetzt mal eben suchen. Ja, da wirst du mehr brauchen. Na, die ist direkt hier. Die ist direkt hier um die Ecke. Also direkt hier irgendwo. Ja, dann weiß ich schon welche. Das ist die, wo es erst gesperrt ist. Wo wir ganz normal gestartet haben. Meint ihr da oben am Schiff? Ja. Ne, ne, die nicht. Da gibt es noch eine, eine relativ versteckte. Da ist, glaube ich, eine goldene Kiste auch bei und so. Wo war das denn? Da, da war das hier. Mal gucken. Mal gucken, ob wir, wenn wir bei ihm schütteln können. Dann haben wir den Fenster wohl für den Fenster. Mal sehen, wir haben diesen Fenster, glaube ich, die Schiff mit. Mal sehen, dass wir den Fenster aufhören. Und die Fenster nicht an der Flute. Das Fenster ist schnell, das Fenster nicht zu erinnern. Ja. Oh meinst, wie es denn hier sind. Da linkedin, als das Fenster nicht zu erinnern. Oh nein. Ich habe das Fenster nicht. Das Fenster ist so schnell, weil wir haben da. Auf dem Singlespielstand habe ich die entdeckt. Auf jeden Fall ist hier noch eine Kiste. Mit Essen und allem. Ja, gut. Auch mehr. Dann kommen wir schnell zurück. Wir müssen nicht schauen, dass die Produktion nicht schneller macht. Die bauen eh nicht mehr. Ja, deswegen baue ich jetzt auch aus. Wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, können wir halt mehr ausbauen. Ja, Sauerstoff nicht richtig, ich weiß. So, ich bin mal überlegen. Warte mal, ich habe jetzt ein, zwei, zwei Mal Eisen habe ich jetzt da. So, das schmeiße ich mal rein. So, dann. Ach, Zitan ist voll. Oh, oh. Kobalt haben wir noch zwei Stück hier, habe ich reingeschmissen. Silizium. Ja, dann schmeißt man das Eisen auch mal eben hier rein. Magnesium ist voll, misch es voll. Können wir hier. Die sind noch leeren, dann schmeiße ich hier mal eben das Titan rein. Rucksackstufe 5, direkt wieder rein. Erstmal gucken. Moment. Ja, ich weiß nicht, brauchst du noch mal. Rucksackstufe 5, brauchen wir dreimal Legierung. Ich muss erst mal Stufe 4 machen. Kannst du Legierung holen? Ja, ich schaue mal. 3, 6, 9, 12 Stück brauchen wir. Ich suche die Höhle und wenn ich dann Legierung finde, nehme ich die auch direkt mit. Weil in der Höhle gibt es nämlich, ähm, erstens eine goldene Kiste, zweitens noch eine Kiste und drittens noch ein paar gewichtige Ressourcen. Unter anderem auch Mikrochips. Ja, ja, die brauchen wir ein. Okay, dann bitte schaue ich mal, ob ich die jetzt der Flüte fühle. Ich weiß eh ungefähr, wo es war. Äh, für Legierung? Mhm. Äh, die ist ja... Da gibt es aber zwei Bereiche. So. Warte ich denn? Dann noch mal. Du weißt gerade gar nicht, wo ich gewinne. Ich glaube, ich bin hier in einem neuen Biom. Haben die gesagt, dass sie ein neues Biom gemacht haben? Ja. Ja, ich bin in einem neuen Biom. Guck mal. Ich hab den Zungen mit mir gehofft. Ah ne, will ich doch nicht. Ich bin an irgendein Schützfrag. So. Höhle. Superlegierung. Ja, wir nehmen mit der Superlegierung, oder? Perfekt. Sauerstoff hast du noch mit, ne? Ich stehe dir da so ein Sauerstoff-Hand dort. Aber hier ist... Beide, sammeln bitte, da ist noch was. Oh, Wasser steigt auch gar nicht. Du... Du... Ziemlich gut abgegrast. Ich bin schon wieder voll. Da binde ich schon wieder full, Junge. Ne, fehlen Sauerstoff niedrig. Gehst du die Punkten? Hm. Mega gut. Oh mein Gott. Das glaubst du mir nicht. Was denn? Ich hab das gerade mit dem letzten Atemzug noch geschafft, immer in die Basisrand zu kommen, ne? Ja, ich hätte jetzt noch Dinge zu machen können, hier, äh... Sauerstoff-Kapsel nehmen, aber nach wofür? Ähm... Zweite, die Hülle ist abgegrast. Boah, was ist mit dem, äh... Sag schnell. Ach, wie heißt das? Hm, du machst das an meiner aufstellen. Ne, äh, meiner, können wir an meiner aufstellen? Ne, guck mal noch gar nicht. Ja, an meiner können wir aufstellen. Aber die nutzen uns nichts, weil die Superlegierung braucht den Zwarer. Ja, sag ich doch, deswegen verbringt uns schon leider, glaub ich, gar nichts, ne? Noch nicht. Ähm, was ist denn, wenn wir... Sag schnell. Wenn wir... Hier hinter dem Raumschiff, da oben auf den Felsen rumrödeln. Ja, da musst du aber klicken, dass das Wien ist. Da war doch Tom weiß sowas, oder? Das Problem ist, das, was wir jetzt brauchen, können wir aktuell noch nicht fahren, man. Ja, ich guck, ich guckle aber auch mal. Wenn wir müssen, du musst jetzt schauen mal, warte mal, wo ist das... Ah, ich... Ah, ich hab' ich gefunden. Wie viel hast du gesagt, brauchst du Superlegierungen? Zwölf. Gut, das wird schwierig. Damit wir beide die Sachen komplett haben. Ja, 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 ich weiß schon. Dann ist das zwölf, das ist das sechs, brauchen wir auf jeden Fall. Ne, wir brauchen zwölf komplett. Ja, das ist mal anders, dass der mal fahren kann. Oh, die haben die Hülle weggemacht. Wahrscheinlich mit dem Durchschlag hier. Ah, das ist aber gemein. Hey, oder wo ist das Ding? Boah, hey, ich versuchte uns. Also die, was ich kenne, ist nichts mehr, ich habe genau einen einzigen Punkt nicht. Ja, ne, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Also muss ich mir schauen, geht es dann so Raumschiff oder die Kiste, oder was ich mir dann gucken. Äh, Raumschiffe bin ich jetzt gerade drin. Oh, zwei Mikrochips, uuuuh, Iridium, Aluminium, wieder essen jede Menge. Wir brauchen schon Essen. Oh, die nächste Kiste gefunden. Ach so, hier hast du einen Miner hingestellt, stimmt. Ey, der ist ja voller Einsen. Stimmt, ey, hast du einen Miner hingestellt hier hinten, was? Ja, einen habe ich mir hingestellt. Ja, 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 super. Der ist voll Eisen. Den habe ich absichtlich dort hingestellt, weil wenns wirklich kein Essen mehr findest, brauchst immer noch was. ja ist mega ja 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 also aluminium haben wir jetzt schon darauf kommt rein dort kommt sehr titan war voll naja da wird da eh gut verbraucht hoberhalt kann ich raus da haben wir doch hier die kiste hat die ist auch voll hallo habe ich wieder was ein bisschen gefunden ach so warte mal wie viel holen von denen ist 1 2 3 4 5 brauchst du 3 4 schredder maschine beweglichkeitsstiefel beweglichkeitsstiefel 3 brauchen wir schwarz pulver haben wir überhaupt schon beweglichkeitsstiefel hier haben wir hier das heißt für drei aber dann erstmal nicht die rucksäcke finde ich erstmal wichtiger legion hier oben hast du auch noch platz nämlich ja ja ich schade dass sie noch meine aufstehen konnten zweiten legionsstab ich brauche ich brauche jetzt erstmal jede minger eisen denn ich muss ein plateau bauen bauen wir schnell bis das ist ja eine basisseite das ist ja gerade ein krampf hier ja machen wir das ich suche aus mir um ja ich habe offen gekauft hoppla super sagen wir hier noch irgendwas was jetzt wichtig ist wie eisen eisen kiste und silizium kannst du eine kiste holen nach hinten hier ist ein groß diesen kisten fertig dafür nur für diese ja warte mal also ich muss den starten ganz vergessen haben wir nicht genug für habe ich aus mir um starten ja aber ja 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 so dann brauchen wir ein bisschen essen wir müssen aber wasser trinken einmal luft nach oben ist die mann ist die mann ist die mann brauche titan und dann hat das getan stimmt wir hatten ja gesagt wir lassen die raumschiffe erst mal links liegen bei also weitestgehend wo wüssten den männer hier haben ich kann auch noch aber ich bin relativ gut rankommen für was sollen der meint sein ja der kann auch nur hast du gesehen die energie ist aus ok hat sie schon wieder erledigt ja warte gibt mir das zwei mal jetzt hat die energie jetzt nicht geachtet ja habe ich gemerkt ich habe gedacht wir haben noch genug ja gut so lange haben wir nur zwei die bringen ja nicht so viel und das andere bringt ein bisschen mehr aber da haben wir es nicht richtig gut ja aktuell ja ich habe die erste auch noch verbessert alle sie sie auf jeden fall habe ich die goldene kiste ok und das kann ich wahrscheinlich gar nicht alles mitnehmen super legierung uran und uran starb und die super legion ja das wäre voll zu ich fliege ja eh nochmal hin also so ist das nicht also wenn wir noch ein paar mal hin und her fliegen müssen oder du eigentlich hauptsächlich hier ist noch eine goldene kiste aber die ist leer ja dann wieder schon ja mein Inventory ist voll ja dann ich schau mal zum A-Loadung hin ja mach mal den Miner leer den wir da haben der ist komplett voll erarbeitet ne ich suche ihn gut oder besser gesagt ich bin schon unterwegs Sauerstoff kritisch Sauerstoff kritisch Sauerstoff kritisch Sauerstoff kritisch ach geschafft ja super super jubi 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 das das iridium haben wir jede menge magnesium ist das noch unwichtig alu haben wir auch gut also da drin gehört da nicht rein aktuell die town gehört da jetzt nicht rein irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl das Spiel will das Spiel will mag mich nicht das ist so wo waren die Facts hier achso jetzt aber was brauche ich denn jetzt für den bau oder bäune aus überlegung nicht gut mit dem weiterbau brauche ich auch noch super legierung jetzt hier gut guck ich gleich ich habe so eine ahnung wo ich die finde wow wenn du ja nicht nur du hast die ahnung mhm 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 so als erstes hole ich mal hier gut wo haben wir den hero auch noch drin ach hier haben wir auch noch Material hier drin mhm 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 wo du alles einzeln hinstellen kannst. Jajaja, so weit sind wir halt noch nicht. Ups, ich fühle mal hier an den, ja, mega gut. Das Ding ist voll, oh hier ist die Kiste, aber leider, oh wie eine Superlegierung drin, die nehme ich natürlich raus, jetzt muss es halt auch so ein Booster werden, das ist wieder so typisch, äh, ne, Superlegierung und Wartpaar, das nehmen wir doch direkt mal zu mir, aber zu essen, das nehmen wir auch direkt mal, noch mehr, und noch mehr Superlegierung, und noch Superlegierung, wo haben wir hier Mikrochips, den nehmen wir auch natürlich mit direkt, schadet ja nicht. Ich glaub da kommt, äh, entweder ein Sturm oder irgendwas kommt dann mal runter. Also ich hab jetzt Superlegierung wie Hunde, ne? Ja, was war das jetzt nochmal? Ja, ich glaub da ist Sandsturm, oder Sonnen-Sonnensturm. Ja, irgendwie so, ne? Ja, irgendwie so, ne? Es ist auch ein Sturm. Nein. Aber jetzt kommt nix runtergeflogen. Ja, auf dem Fall. Ich suche mir grad einen Weg zurück. Ja, hier sind wir. Ich bin auf dem Rückweg. Mit ganz viel toller Superlegierung. Ich bin da. Genau. Brauchst du auch was von den guten Staff? Ja. Ja. Also ich hab jetzt, äh, ja genau für zwei Mal hab ich noch Superlegierung hier. Hab ich die hinten im Schrank gelegt. Okay, komm schon. Mikrochip. Was kriegen wir denn? Ach, ne Rakete. Da brauch ich jetzt nicht. Dann geh ich nochmal, würde ich sagen, die Regierung holen, denn ich brauch jetzt noch für den Bau, brauche ich Superlegierung. Ja, du brauchst nur den Canyon hin, dann ist da hoffenweise. Ja. Aber was will ich hier noch? Äh. Oder zwar das Musikermisch. Nichts? Bitte was? Oder Pfarrads Musikermisch. Keine Ahnung, was du damit meinst. Hops. Achso. Das meinste. Einmal aufs Töpfchen. Nein. Das war nicht so. Haben wir hier noch irgendwo von Kisten oder sowas. Sehr, sehr schön. Wenn nicht. Aluminium. Ist das ja auch nicht schlimm. Aluminium haben wir hier auch jede Menge. Aluminium. Eisen. Alles da. Piste hier. Haben wir denn da so tolles drinne. Ich gucke mal. Jetzt klappt es mal. Ich gucke mal zu mir. Mal zu mir... Ich gucke mal zu mir. Das brauchen wir jetzt, das nehmen wir auch mal mit. Und jetzt brauchen wir als allererstes Video, und zwar nicht wenig. Ach so, schloss mich durch, ok. Hier haben wir noch was, sehr gut. Da ist noch eine Kisse. Oh, Legierung, und jede Menge Uran, bauen wir da, und Iridium auch. Nehmen wir Alumet, da brauchen wir jetzt was. So, entschuldigt bitte. Hallihallo Prince, ich spiele Planet Crafter. Dieses Spiel wird auch am Samstag verlost. Entschuldigt bitte, ich habe nicht so schnell reagieren können. B, also, aber die Folge endet damit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sag bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao, ciao.